Hausaufgabe. Als Hausaufgabe bezeichnet man das, was man zu Hause machen muss, um das zu wiederholen, was man gelernt hat. Schüler machen Hausaufgaben, sie bekommen in der Schule Aufgaben, die sie zu Hause machen. Aber auch wenn du Yoga übst, bekommst du auch Hausaufgaben in einem Yoga-Kurs. Wenn du einen Meditationskurs besuchst, ist es zum einen wichtig, täglich zu meditieren, aber auch ansonsten am Tag bewusst spirituelle Praktiken zu üben. Spiritualität ist spirituelle Praxis, Bewusstheit im Alltag und auch ein spiritueller Lebensstil. In einem guten Yoga-Kurs bekommst du Hausaufgaben in all diesen Aspekten.